Wir werden sehr viel gefragt, wenn man eine Schmine oder eine Schwede aufmontiert, braucht es hier Frischluft? Also Luft von vorne, Entschuldigung, von draussen heisst das hier, die nachher zum Ofen dazugeführt werden muss. Die Antwort ist ja, es ist immer besser. Holz bräuchte, ein Kilo Holz bräuchte rund 10 Kubik Luft pro Stunde, damit es ein Kilo brennen kann. Und das sollte man unbedingt von vorne zu feiern oder ab und zu ein Feist drauf, wenn man länger feiert. Das geht euch.